und da bin ich auch schon es weihnachtet sehr und wir öffnen das vierte türchen und heute bin ich nicht alleine heute habe ich einen wirklich wunderbaren menschen dabei und ich muss sagen wir haben uns jetzt erst virtuell ich glaube vor zwei wochen kennengelernt wir haben ein unglaublich intensives gespräch geführt so dass ich jetzt schon sagen kann meine interviewpartnerin ist mir jetzt schon ans herz gewachsen und ich würde sie jetzt gerne mit in den talk holen und zwar die fantastische tanja da bis ein wunderschönen guten nachmittag so schön dass du da bist vielen dank für die einladung die bekämpft sehr sehr gerne ich bin ja immer wieder fasziniert wir haben gerade so ein kurzes vorgespräch gehabt was a technisch heute möglich ist ich habe trotzdem herz klopfen immer vorher weil ich denke hoffentlich klappt das alles aber man kann uns sehen ja und du bist da ich bin da ja und während du schon so weit bist dass du dich nur um deine technik sorgst wenn du live gehst bin ich noch so aufgeregt und ab herz klopfen ob ich nicht totalen mist rede und ob ich da draußen überhaupt richtig ankomme also wenn ich mal an dem punkt bin dass ich mir nur noch sorgen um meine technik mache dann bin ich schon mal einen schritt weiter sollte was sagen das andere hatte ich auch aber das ist mir mittlerweile egal das ist mir egal weil ich mir sage wer mich doof findet und sagt nimm die alte aus dem bild der kann ja einfach wegschalten das ist mir sowas von egal es ist mein wohnzimmer es ist meine bühne und wenn das gefällt da freue ich mich natürlich also wer uns gerade zuschaut gerne ein like gerne einen kommentar da lassen ich bin total happy wenn wir das ja auch wirklich so hinkriegen weil wir haben nämlich jetzt heute eine besonderheit ich bin quasi ja wie soll ich sagen ich arbeite mit der virtuellen kamera von ecam damit war halt dieses schöne overlay hinkriegen und ich natürlich auch diese diese tollen töne und da freue ich mich wirklich es ist weihnachten für mich also nicht nur wegen des adventskalenders sondern wegen dem was hier möglich ist aber ich muss sagen und dann übergebe ich gleich erstmal ein staffelstab an dich also du hast mir wirklich also mal so richtig gezeigt wo der frosch die locken hat da setze ich hin und einfach online also das habe ich mich noch nicht getraut ja das war in einem anflug von übermut tatsächlich ich habe in einer anderen gruppe in der coaching gruppe in der ich bin da gab es eben so eine mut challenge wo wir uns gegenseitig animiert haben unser lieblingslied zu singen da ging es tatsächlich um das thema mut ja einfach mal zu tun und das beschäftigt mich sehr das thema mut und rausgehen und sich zeigen das ist ein lebensthema von mir tatsächlich und das dann einfach mal nicht lang denken kopf ausschalten ja einfach mal machen und ja das interessante ist ich habe am nächsten tag überlegt das sofort abzuschalten also wieder zu löschen dagegen entschieden aber dieses video was ich eigentlich ziemlich peinlich finde oder wo ich sage war das war nicht durchdacht das hatte keine struktur das hatte keine botschaft das hatte kein mehrwert für die menschen die ich erreichen möchte und ich habe heute eben fast 90 leute haben sich das angeguckt gut nur wenige haben geliked aber es hat auch keiner was böses drunter geschrieben finde ich auch schon ein erfolg also bevor ich gleich was dazu sagen vielleicht ein kleiner hinwissen immer das mikro ein bisschen runter du popst die ganze zeit da rein nur ein bisschen unters kinnen ja so genau weil sonst atmest du die ganze zeit rein dann macht es immer so genau vielleicht jetzt noch mühe wieder höher weil es ist sonst zu leise jetzt geht es wieder besser ja ein bisschen lauter sprechen und dann ist das auch kriege ich hin kriege ich alles hin super nein also ich ich halte es da mit also frei nach annie warhol der sagt also eine schlechte kritik ist besser als gar keine kritik auch das gehört ja im im online sein dazu sich zu zeigen wie man ist ja also und und das ist gerade auch das fantastische an diesen live videos ne also du kannst ja dann nicht schneiden klar ich könnte jetzt mal irgendwie hier einen sound drüber legen wenn ich merke oh jetzt rutscht mir gleich irgendwas unanständiges aus dem mund aber normalerweise das ist kauf wie gesehen ne also so sind wir einfach und ich finde ich habe letztens in einer live gruppe was dazu gehört und da habe ich gedacht das ist das ist der richtige ausdruck wir silberrücken und das darf ich sagen ich war heute morgen beim friseur ich wir haben wieder festgestellt wie weiß ich auf dem kopf bin und es ist nicht gefärbt es ist meine naturfarbe wir silberrücken zeigen jetzt mal dass auch wir diese technik beherrschen und dass es nicht nur was für die jungen ist die die online games machen oder musik die haben alle ihre berechtigung aber auch wir können das und und ich glaube ja weil wir was zu sagen nee ist gut die jungen haben auch die silberrücken haben aber auch etwas zu sagen aus einer perspektive die die jungen frischen dynamischen nach erfolg hungrigen und nach spaß hungrigen ähm die nächste generationen die haben einfach ja was anderes zu sagen als wir und das finde ich cool dass wir damit jetzt auch rausgehen ja genau also es ist äh du sagst es die haben was anderes zu sagen ja die haben auch ihre botschaft die haben auch ihre berechtigung ja also ähm ich möchte jetzt auch nicht so in diesen slang von meinen eltern damals ne wo ich mal ach die jugend ne bla 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 überhaupt nicht aber es ist einfach eine komplett andere perspektive weil ähm ich sag jetzt mal für uns also liebe digital natives und äh äh generation why und wie er auch heißt ja das hier ist für uns eine fremdsprache und diese fremdsprache hat uns keiner beigebracht die mussten wir uns selber aneignen und so ist es mit all dem was wir heute arbeiten also wie gesagt ich habe im studium ähm meine meine hausarbeiten noch mit einer mechanischen schreibmaschine geschrieben das hat man dann im freundeskreis immer gesehen weil ich hatte ja immer pflaster drum ne also ich hatte immer die fingerkuppen kaputt wenn jemand zwischen die tasten gerutscht bin und beim hochziehen habe ich mir immer die haut abgezogen ähm ich kenne das noch ich kenne das auch total analog zu sein und jetzt liebe ich es digital zu sein ich kann wirklich sagen ich liebe es wie geht es dir damit ich glaube da haben wir den vorteil gegenüber unserer eltern oder auch großeltern generation die sich doch eher zurückgezogen haben die haben sich die neue technik und dann ja macht ihr mal ne wir bleiben bei unseren stiefeln und wir sind glaube ich die erste generation von älteren älteren du sagtest gerade silberrücken die sich mit der ne absolut ne da wir sind die erste generation die sich die die diese neue technik äh zu eigen macht wir erobern sie sozusagen und lassen sie nicht bei der neuen generation und das das macht einfach spaß ja und ähm ich erlebe es auch gerade in im hinblick auf facebook ja facebook wenn du so mit jüngeren sprichst ist total out ja für eine bestimmte zielgruppe ist es auch out aber für uns ist es also wirklich die soziale plattform auf der man sich austoben kann in der man sich oder auf der man sich neu erfinden kann wo man menschen trifft wie wir also wir hätten uns ohne facebook nie kennengelernt wahrscheinlich ja also zumindest nicht bewusst und es eröffnet einfach neue welt es ist jeden tag wie wie eine eine weltreise also ich kann mit jedem auf der welt sprechen und dann noch mit diesen fantastischen möglichkeiten mit einer streaming software mit einem guten mikrofon mit einer vernünftigen kamera das ist toll ja und ich glaube das ist auch unsere neue realität wenn ich mir überlege dass ich ich bin jetzt im mai mai habe ich meine facebook seite die ich schon vor weiß ich nicht acht jahren oder so aufgemacht habe und mich ersten versuch schon mal gestartet habe mich zu platzieren in den online medien als coach habe ich dann aber wieder sein lassen weil es für mich damals ein zeitfresser war und ich bin damit nicht gut zurecht gekommen ich habe jetzt im mai habe ich noch mal eine entscheidung getroffen unabhängig von corona allerdings soll ich starte jetzt noch mal weil ich weiß offline und online werden immer enger miteinander verzahnt sich nur noch auf eins zu konzentrieren ist keine gute idee in der heutigen sache gerade für uns dienstleister coaches berater ja und ich muss ehrlich sagen ich war in den ersten zwei wochen habe ich gedacht warum soll ich das durchhalten facebook total dann kommt meine hochsensibilität das thema hsp rein ja völlig wuselig zu laut überall bewegt es sich auf dem bildschirm überall zappeln neue bilder rein also völlige reiz und informationsüberflutung in viel zu kurzer zeit und sich da erst einmal zurechtzufinden das hat schon ein bisschen zeit gekostet und du kriegst ja ganz viel tschuldigung bullshit geliefert ist der algorithmus erstmal weiß wer bist du welche interessen hast du für welche leute und themen interessierst du dich und ich habe es das fand ich eine sehr interessante beobachtung innerhalb dieser 45 monate habe ich mir sozusagen schon meine eigene facebook blase kreiert also so mit meinen themen mit meinen inhalten und viele schimpfen ja über diese medien dass das sie so reizüberfluten sind wie ich ja gerade schon sagte und du kriegst nur bullshit und so weiter aber wenn so lange sobald ich anfange zu gestalten ich suche sehr bewusst aus wem befreunde ich mich welche themen hol ich rein welche schmeiße ich bewusst raus also ich kann das gestalten und dann kann das so nützlich sein und es kann so gehaltvoll sein und ich muss echt sagen die menschen gespräche die dinge die ich gelernt habe in den letzten fünf monaten so das hätte ich das habe ich in den letzten fünf jahren nicht gehabt und ich bin nie ohne fortbildung weiterbildung ich bin ja immer sehr kommunikativer mensch gewesen aber die möglichkeiten die sich hier auftun das hätte ich noch vor fünf monaten schlichtweg geleugnet ich weiß ich weiß genau was du meinst also wir haben ja das große glück konnie und ich wir sind ja vor fünf jahren haben wir diese challenge angetreten wobei ich aber sagen muss immer noch so mit einem ganz großen schritt in der offline welt in der analogen welt weil da einfach unser kerngeschäft war und auch gerade in dem bereich in dem ich bislang unterwegs war da war dieses digitale denken oder auch dieses digitale arbeiten nicht so wirklich vertreten ich war in firmen unterwegs so dass ich gesagt habe dass uns doch mal die arbeitsprozesse anschauen lass uns doch mal überlegen wie man es heute anders gestalten kann viele firmen haben das gescheut wie teufel das weihwasser und jetzt durch corona wurden sie gezwungen und in dem moment habe ich gesagt nee ich muss keinen mehr überzeugen davon ich mache jetzt das oder wir machen jetzt das wofür ich wirklich brenne und was wirklich deswegen ich sage ja für mich ist diese online welt wie jeden tag weihnachten aber auch schuldig möchte sage ich bin ja auch heiß p also ich bin ja auch ein sehr hoch sensibler mensch und das ist zum beispiel für mich auch etwas tolles ich habe ja vor der digitalen welt gedacht ich bin damit total alleine ganz früh habe ich gedacht das ist eine krankheit habe mich falsch gefühlt ich habe gedacht ich muss jetzt zum therapeuten und was weiß ich nicht also ich habe immer gemerkt so ich bin irgendwie entrückt und verrückt also nicht verrückt im kopf aber ich bin etwas so immer neben mir und durch die online hält habe ich dann festgestellt dass es da ganz viele von gibt und das was du sagst das war eine wichtige erkenntnis ich kann in der online welt komplett gestalten ich kann nicht nur gestalten wer ich sein will sondern ich kann auch gestalten mit wem ich sein will wie ich sein will wo ich sein will welches wissen ich mitnehmen will und das sehen glaube ich viele noch gar nicht ja die glauben nur sie werden beschallert wie beim fernsehen ach da schalte ich mal auf einen anderen sender und 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 da bin ich aber in einer passiven gestaltung in der online welt kreiere ich meine eigene echo kammer genau und und das womit ich interagiere das womit ich in den austausch stehe das worauf ich reagiere das wird mir immer wieder zugespielt das ist ja nicht nur bei facebook so das ist auch bei youtube so ja da bin ich noch nicht so ganz mache ich mir dann so nächstes jahr zu eigen ist mein nächster schritt weil ich mal ganz ehrlich bin also so so video und online zu sein sich zu zeigen das fängt an richtig spaß zu machen ja es ist eine sucht ja so weit würde ich jetzt noch nicht gehen aber es ist eine plattform tatsächlich zu sagen was man zu sagen hat und dann kann man schauen wollen die leute das hören oder nicht und wenn es nur zwei leute hören wollen aber die zwei sind dann richtig ja also es ist auch ich meine ich komme ja auch aus dem aus dem coaching bereich und trainingsbereich und ich hatte damals schon in der analogen welt immer den satz bei jedem training den einzigen anspruch den ich selber habe also ich hatte mehrere ansprüche aber das was ich immer den den teilnehmern mit auf den weg gegeben habe am anfang ich freue mich wenn sie nur einen impuls aus dem heutigen training oder coaching mit nach hause nehmen und ähnlich ist das jetzt in der digitalen welt wenn ich nur einen menschen damit erreiche und diesem einen menschen damit helfen kann dann ist das schon gut dann ist das schon wertvoll weil ich muss nicht und das ist glaube ich woran viele gerade am anfang verzweifeln sie glauben durch diese sichtbarkeit müssen sie everybody's darling sein und das wird nicht funktionieren ich habe es geht offline auch nicht nur da kann ich kann ich das ausblenden auf der online plattform wie youtube ich habe da einige videos da wird sehr kontrovers diskutiert was ich alte frau denn dazu zu sagen habe ja also das sind doch themen für junge menschen wo ich immer denke nee das sind nicht nur themen für junge menschen ist das für jeden was dabei und ich sehe mich auch nicht als alte frau also so aber lass uns mal kurz den bogen schlagen weil ich glaube wir könnten stunden reden aber mal ganz kurz warum wir uns überhaupt kennengelernt haben du bist nämlich bei der tollen nadja hält in der mastermind gruppe soweit ich weiß und und nadja macht ja sie ist ja die ich markenmacherin genau personal branding macht sie in der online genau genau das genau und wir planen ja jetzt zurzeit und da habt ihr ja auch schon gesehen es gibt ja auch schon die tickets die man sich schon holen kann einen digitalen summit für die 2021 wo wir natürlich auch über die erfahrung aus 2020 sprechen mit unseren speakern wir haben 30 speaker am start die aus unterschiedlichen bereichen der online welt kommen also wirklich speaker die entweder so 100 prozent online sind oder speaker die in offline und online bereich haben oder auch speaker die erst durch 2020 also durch covid19 in die situation gekommen sind jetzt zu sagen okay jetzt muss ich oder jetzt mache ich den schritt und ich habe mit nadja natter ist eine unserer speakerin da hatte ich gesagt menschen hat ja wir überlegen ob wir auch so ein newcomer blog mit reinnehmen ja also newcomer im sinne von die starten jetzt gerade erst und da hat sie mir direkt einen namen genannt und jetzt darfst du ja das hatte ich ja eben schon erwähnt dass ich seit mai also im mai die entscheidung getroffen habe online durch zu starten oder mich online zu platzieren zwei wochen vorher war für mich klar dass ich 2020 jetzt anfangen mich als coach wieder auf dem markt zu präsentieren ich bin seit zwölf jahren als coach tätig immer nebenberuflich immer sehr auf kleiner flamme sozusagen habe mich nie getraut so richtig den großen schritt zu machen und dann durch verschiedene lebensumstände von meinem mann getrennt und so weiter da muss man ja auch dann erstmal so sein eigenes leben wieder in griff kriegen und so weiter ja und gucken wo was will ich eigentlich und seit mai bin ich eben dabei und auf der suche gewesen wo kann hier mein platz sein wie kann es funktionieren und auf meiner suche dann durch verschiedene gruppen coaching berater mach hier deinen platz und so weiter bin ich auf nadia gestoßen als mentorin ja dann hat es auch nicht lang gebraucht bis ich dann auf den knopf gedrückt habe und das war mein ganz ehrlich bisher habe ich in meinem ganzen berater leben immer geld investiert in meine fortbildung also in zertifikate damit ich was ja der klassiker genau und bei ihr war es das erste mal dass ich eine unterschrift geleistet habe für ein investment in mich also ganz bewusst in mich in meine kompetenz als unternehmerin weil nichts anderes bin ich ja so das ist aber ein ganz großer denkschritt also das ist ja eine ganz andere denkwelt so und das ist ganz ganz spannend gewesen und diese entscheidung habe ich bis heute sind ja vier monate erst aber was in diesen vier monaten passiert wenn man einmal so eine entscheidung getroffen hat den schalter umlegt und wenn man sich wirklich ganz klar committed das ist echt wahnsinn und vor allen dingen auch mein thema also was meine positionierung angeht ich bin counselor im bereich hochbegabung hoch sensibilität bin da so relativ spitz positioniert und das ist echt spannend das ist richtig spannend was man da plötzlich für leute und menschen kennenlernen für möglichkeiten man bekommt resonanzen man bekommt ganz anderes feedback und kontakt möglichkeiten als in der offline welt so diese chancen sehe ich absolut und mastermind im von der nadja im juli habe ich mich mit ihr zusammengetan und sie sagte so das mache ich dieses jahr noch und gestartet sind wir dann jetzt im november also sind auch noch ganz frisch mit wirklich 56 ganz ganz tollen anderen kollegen und kolleginnen und das macht echt freude mal nicht für sich und irgendeine methode zu lernen oder was kann ich denn noch sondern so sein eigenes seine eigene haltung es geht ja ganz viel um die eigene haltung zu seinem tun und auch zu verstehen wie funktioniert markt wie funktioniert kundenakquise ja diese ganzen dinge wie funktioniert marketing und dafür ist facebook ja zum beispiel auch eine unglaublich tolle lernplattform was funktioniert und was funktioniert nicht das kriegst du sofort mit oh ja unmittelbar 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 und nicht eben erst wenn eine werbekampagne mit flyern schon ein halbes jahr vorbei ist was kommt als rücklauf oder nicht das ist wirklich ein großartiges großartiges geschehen und deshalb bin ich hier nachdem sie mir dann gesagt hat dann ja darf ich dich mal connecten ja darfst du das freut mich riesig gerade auch diese quer verbindungen ja im online business das ist einfach hoch spannend und gerade für uns hsp auch dieses wir lernen ja am besten durch das vernetzen und verbinden von verschiedenen lern inseln haben auf verschiedenen ebenen ja absolut absolut es ist aber auch also vielleicht vielleicht sollten wir das mal nochmal ganz kurz erklären was hsp ist weil ich habe in den letzten jahren nachdem mir das bewusst wurde was bei mir nicht in ordnung war heute sehe ich es als begabung es ist eine begabung wurde ich quasi erschlagen also mit dieser ganzen literatur die so aus dem medizinischen bereich kam da wurde ja dann noch mal wieder verstärkt du bist nicht in ordnung und dann war das ja irgendwann so mode begriffen also da habe ich so gedacht so egal wo ich hingucke jeder sagt jetzt ich bin hochsensibel also hsp ist eine hochsensibilität und wenn ich da noch so richtig aber du kannst mich korrigieren da bist du mir die experten aus der anderen sich bin ja nur eine eine der begabten die das halt hat eine beschenkte eine beschenkte genau das das ist ja so in den endes letzten jahrtausend gab so glaube ich die ersten untersuchungen da hat man so gesagt dass so schätzungsweise zwischen fünf und acht prozent der menschheit damit beschenkt ist mit dieser mit dieser fähigkeit dass man aber davon ausgeht und jetzt wird es ein bisschen spirituell wobei das eigentlich mit spiritualität gar nicht zu tun hat sondern was mit naturwissenschaften in dem moment wo sich die resonanzfelder auf der erde verändern die zahl nach oben geht also dass bei immer mehr menschen weil ich glaube grundsätzlich haben wir alle diese fähigkeiten bei ganz vielen ist es verschlossen das ist so hinter konditionierung hinter panzern hinter manchmal auch bei genetischen sachen also unterschiedliche gründe es ist eine kommunikationsform die einfach da also so habe ich mir das irgendwann erklärt ja wobei ich glaube wir sprechen jetzt von zwei verschiedenen themenfeldern tatsächlich hoch sensibilität die mittlerweile in der wissenschaft auch intensiv untersucht wird in der psychologie die eine seite und das was du beschreibst ist eher der part der feinfühligkeit wie der bereich hell sehen wie der bereich hell hören zum beispiel nee 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 habe ich mich falsch ausgedrückt aber ich weiß was du meinst es gibt da noch mal diesen unterschied die hoch sensibilität an und für sich ist mittlerweile auch biologisch relativ gut ja in verschiedenen studien angeforscht und es sind bis 30 prozent eines jahrgangs also 30 prozent der bevölkerung werden in die hoch sensibilität eingestuft es gibt dafür keine test es gibt dafür keine biologischen biologischen marken jedenfalls nicht dass wir es bisher wissen sondern es ist immer eine selbsteinschätzung und genau über fragebögen also testen test wie bei dem bereich intelligenz hochbegabung der iq wert das gibt es im bereich hoch sensibilität nicht biologisch ist diese hoch sensibilität begründet in einer herab gesetzten schwelle der reizaufnahme beziehungsweise reiz weiterleitung hochsensible nehmen viel früher reize war als weniger sensibel ja und es gibt auch heute sind die wissenschaftler und die forschenden sich einig es gibt nicht mehr du bist sensibel oder hochsensibel oder eben nicht sondern es ist ein kontinuum du bist mehr oder weniger jeder menschen auch gesagt das ist sensibel und ja um die 30 prozent maximal gehören in die extrem sensible ecke und dazu gehört zum beispiel dass man etiketten auf der haut nicht ertragen kann jeder hat auch einen anderen kanal dass man die neon röhren unter der decke dass man die summen hört und das kaum ertragen kann während andere das überhaupt nicht wahrnehmen was willst du oder auch flackern von lampen was die einen überhaupt nicht wahrnehmen und hochsensible die werden da gaga wenn die da zu lange im raum sind also also das ist etwas was bei mir auch der fall ist bei bestimmten sachen also dieses mit mit bestimmten stoffen auf dem körper kann ich überhaupt nicht haben ich reagiere auch sehr stark auf auf texturen beim essen aber was bei mir richtig heftig ist und deswegen haben früher alle gedacht die hat einen an der klatsche ich spüre die energien von anderen menschen also nicht i can see dead people sondern ich spüre die energien und ich weiß konja und ich wir sind durch die usa gefahren also wir haben ja in den usa geheiratet vor vor einigen jahren und wir waren auf dem weg die letzte station vor san francisco wir haben in san francisco geheiratet und es gibt diese a1 das ist diese küstenstraße kalifornien wo man dann so schön hoch fährt und da gibt es ein bestimmtes teilstück und ich war da schon mal vor vielen jahren und damals konnte ich das überhaupt nicht einordnen und habe gedacht so mein energie ich explodiere ich hätte ich hätte morde begehen können es war in einem bestimmten ort ich hätte morde begehen und jetzt waren conni und ich da wir hatten noch unsere trauzeugen dabei und die beiden taten mir wirklich leid an dem tag wir waren wieder in diesem ort mir war das gar nicht bewusst und wir waren in einem hotel und wir haben uns so gestritten wie noch nie in unserem leben und auch nie wieder danach weil ich konnte mit dieser energie in diesem ort nicht mehr umgehen und dann habe ich mich hinterher mit diesem ort ein bisschen beschäftigt da haben einige massenmörder gelebt also das ist und das das hat mich so umgehauen dass ich da gar nichts mit anfangen konnte heute weiß ich das einzuordnen und heute kennt conni auch meine anzeichen wenn wir irgendwo sind ich stelle dann das reden ein was er selten bei mir der fall ist aber dann passiert ist ich kann nichts mehr essen und ich kriege wahnsinnige kopfschmerzen und dann muss ich sofort aus der situation raus weil ansonsten ist das für mich nicht gut und auch für alle anderen nicht gut das ist deine hoch sensibilität das ist diese biologische grundlage und dieses extreme in die feinfühligkeit weil das was du beschreibst dass du diese energien wahrnimmst das ist dann aus dem bereich der feinfühligkeit die einen sagen da spiritualität esoterische krimskrams zu aber die physiker alle die sich mit quantenphysik beschäftigen genau es ist genau an diesen punkt ja materie eben nicht mehr materie ist sondern wo man weiß materie ist nichts anderes als energie niedrig schwingende genau aber das ist wieder ein anderes feld es ist real und es hat eine biologische ursache und und du kannst es mathematisch heute belegen also es ist wie du sagst quantenphysik und es hat mich dann auf eine unglaublich spannende reise gebracht weil ich gedacht habe ich möchte verstehen was mit mir passiert deswegen habe ich auch gerade deswegen war das bei mir bei mir liegt nämlich beides vor deswegen habe ich das ein bisschen durcheinander gebracht aber diese energie dieses energie spüren das ist für mich eine kommunikationsform also und und ich kann es noch nicht hundertprozentig für mich so so steuern ich momentan mich noch in dieser reaktionsphase dass ich das damit kriege aber das interessante ist ich habe ja einen hund also wir haben 200 und eine ist ja auf mich fixiert die lola und die hat das auch die spürt die energie das ist wirklich so und und menschen auf die ich nicht gut reagiere also ich sage das heute noch ich raste nicht aus oder so ich werde dann einfach ruhig die fängt lola an anzuknurren wundert nicht weil das energiefeld ist dasselbe und es sind ja auch die 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 sinnesorgane also die art und weise wie diese informationen in unseren körper gelang und verarbeitet werden sind bei einem hund ähnlich wie bei uns menschen ja ja und das ist tatsächlich ein phänomen in der natur ist also es ist diese hoch sensibilität ist ein phänomen des lebens wir wissen nämlich heute wie viele studien dass im bei säugetieren bei delphinen bei sogar bei bienen und in fischschwärmen wurden werden individuen wahrgenommen die sensibler reagieren die früher reagieren auf reize wie die art genossen ja am und hat biologisch ja auch einen sinn die wächter die kriegen schnell reiz mit die kriegen stellen gefahren quellen veränderungen mit ja so stell dir mal vor 90 prozent einer gruppe einer herde wäre so sensibel aber die würden ja alle gaga werden die hätten nicht also deswegen ich bin bin froh connie ist auch ein sehr sensibler mensch aber sie ist dann so der ruhende pol also die sagt dann durchatmen durch immer ich bringe dich jetzt mittlerweile kann das bei mir einordnen also ich bin da echt für sie eine harte nuss gewesen aber ich konnte mich ja selber nicht einordnen ich wusste ja selber nicht woher das kam dass ich dann wirklich das für mich auch akzeptiert habe also wer jetzt gerade zuschaut bitte nicht wundern wir machen hier keine therapie stunde sondern weswegen wir das heute besprechen ist einfach damit ihr seht welche unterschiedlichen facetten es in der online welt gibt mit was man hier eigentlich online unterwegs sein kann und es ist ja auch kein widerspruch nein überhaupt nicht du hast vorhin sowas gesagt ganz am anfang diese fünf monate war für dich so als hochsensible so ein bisschen so bling 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 da einmal was und da mal was ich sage immer das ist so ein bisschen auch wie las vegas also überall leuchtet überall geht irgendwie eine lampe an und deswegen ist es wichtig was du jetzt auch mit nadja machst so in dich zu investieren zu sagen okay ich konzentriere mich jetzt auf mich damit ich auch hier meine echo kammer schaffe damit ich auch hier nicht die oberforderung erlebe die ich erleben könnte wenn ich auf jeden zug aufspringe der da ist genau noch so eine orientierung zu bekommen was ist eigentlich wesentlich ich bin auch so eine scanner persönlichkeit ja eben überall wo es blinkt bin ich sofort hinterher also nehme ich die fährte auf und ich kann eigentlich nicht genug projekte gleichzeitig haben es interessiert mich alles was mir begegnet im leben und da aber das facebook ja ich eine verführungswelt wie lassen ich weiß warum ich nie in meinem leben nach las vegas fahren werde das weiß ich kann ich kann dir auch sagen also wir wollen noch mal hin mir ging es nicht gut in las vegas aus eben genau diesen gründen da ist eine sehr komische energie er hat gesagt wenn ich das nächste mal da bin das ist jetzt was das werde ich nie wiederholen ich glaube ich muss an dem abend dann sehr viel wodka trinken da bin ich total bei dir da bin ich total bei dir also ich bin ich bin kein alkoholiker ich muss mich nicht zudröhnen aber ich glaube in solchen momenten ich glaube da muss ich einfach damit ich so ein wie so ein watte film um mich herum habe weil die stadt ist faszinierend die ist toll aber das war nicht der energie ja genau das und da tatsächlich in für sich in roten faden zu finden und auch ja stichwort hier wieder wenn du als dienstleister als coach oder so unterwegs bist deine positionierung zu finden und vor allen dingen deine eigene botschaft also das finde ich so wichtig ja das hattest du eben ja auch erzählt ne du hattest dann marketing berater coach an deiner seite der hat dir gesagt das ja das nein das ist bullshit aber ich kann nichts da draußen verkaufen ich erreiche menschen nicht egal mit welchem tollen thema wenn ich es nicht bin wenn ich nicht 120 prozentig dahinter stehe und selbst wenn es ein thema ist dass ich verkaufen möchte was ich anbringen möchte was mir im herzen liegt bei so vielen menschen da draußen wenn 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 10 prozent von den menschen die da draußen ständig zugucken ja mein termin kalender füllen würden äh so alt kann ich überhaupt nicht werden um die alle zu bedienen ja muss man sich auch mal vor augen halten genau gibt für jedes also das wichtig ist die energie raus zu strahlen mit 120 prozent hinter deinem eigenen thema nicht ein marketing trick nicht irgendein thema was gerade wichtig ist im moment zum beispiel da draußen überall ich coache dich damit du in deine stärke zurückkommst dein selbst wert so solche schlagworte benutzen sehr viele leute aber nur die die damit die das nicht nur als modernes schlagwort benutzen zion technisch ja sondern dies wirklich von sich aus in ihrer herzenergie haben wo sie sagen das ist schon immer mein thema gewesen das ist meine botschaft die werden damit dauerhaft erfolgreich sein und darum finde ich das so wichtig seinen eigenen roten faden zu finden ja also das ist es also heute ist wirklich mal geplaudert ich habe hier auch meinen kaffee und ich hoffe das sehen uns alle nach dass wir jetzt hier auch so ein live talk haben der mal ein bisschen anders ist und vor allen dingen auch ein türchen was ein bisschen länger als zehn minuten auf ist also wenn es interessiert also gerne konnie hat auch gerade schon den namen des ortes in kalifornien genannt oxnark also könnt gerne mal gucken der name ist schon unaussprechlich unangenehm ja unangenehm also aber krieg direkt wieder gänsehaut weg dran denke also du hast das gerade so schön gesagt also es war ja für uns als wir vor fünf jahren die entscheidung getroffen haben ja fast fast sechs jahre sind es jetzt her dass wir gesagt haben wir gehen in die online welt so da war ganz klar ich war bis zu dem zeitpunkt sehr erfolgreich in den themen in denen ich unterwegs war also ich habe in unternehmen veränderungs also transitions gebaut gemacht ich habe neue unternehmen mit aufgebaut ich habe alte unternehmen geschlossen ich habe die mitarbeiter begleitet ich habe die für also alles was damit zu tun hatte habe aber gemerkt dass ich im laufe der zeit immer leerer wurde also dass das so das hat mir meine energie gesaugt und ich wurde krank und dann hat man sich wieder dahin gerafft und so und und dann haben wir gesagt okay dann gehen wir jetzt in die online welt und ich ich habe dann sehr schnell festgestellt dass ich eine unglaubliche affinität zu allem habe was mit videotechnik zu tun hat dass ich dass ich das liebe einfach mit der kamera zu arbeiten und ich sitze teilweise stundenlang in meinem studio muss ich sagen es ist kein büro mehr es ist ein studio und frickel overlays zusammen oder mach so ein intro wie jetzt gerade hier davor ja oder irgendwelche sachen die geschnitten und und ich ich gehe da innerlich drin auf und dann haben wir überlegt okay was machen wir weil connie ist ja auch fotografin oder arbeitet auch als virtuelle assistentin ja also es ist ja ist ja auch so ein so ein ganz spezieller bereich und dann haben wir uns experten an an auch an bord geholt weil weiß ja der schluss da tritt die schlechtesten schuhe sich selber zu beraten ist immer schwierig und was da rauskam ja nee du musst in die richtung gehen und in die richtung und dann habe ich immer gesagt ja aber ich ich mache das doch gerne ich ich glaube auch dass ich da vielen was mit geben kann wenn ich wenn ich halt diese videotechnik einfacher mache wenn ich die live streaming technik einfacher mache oder erkläre wie ein podcast geht oder sowas ja und dann waren unglaubliche viele stimmen und du kannst es nachvollziehen für jemanden der mit hsp unterwegs ist ist das eine folter wenn dir ständig von überall gesagt wird das ist nicht richtig so und 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 mein selbstbewusstsein wurde immer kleiner und da muss ich halt auch noch mal einen lieben gruß an nadja sagen unser gespräch hat mich so nach vorne gebracht dass wir jetzt gesagt haben wir helfen euch in eurem online business erfolgreich zu sein indem wir euch zeigen wie ihr die videotechnik für euch optimal nutzt liebe trainer lieber coaches liebe berater wir wissen nämlich um die probleme die ihr damit habt verdammt noch mal welches mikrofon soll ich nehmen worauf muss ich dabei achten was mache ich mit dem nicht was mache ich mit dem schnitt das sind elementare dinge dann machen wir uns nichts vor unsere neue showbühne unser neuer coachingraum unser neuer trainingsraum ist die kamera ja und wenn ich damit nicht vernünftig arbeiten kann dann kann ich auch keine menschen erreichen ja also denkt doch mal dran als ihr in der analogen welt ich habe so viele coaches und trainer erlebt dann sind die ins hotel gefahren haben sich aufgeregt dass die dicke vom papier am flipchart nicht richtig war dass die stifte nicht richtig waren dass das wasser nicht das richtige war und 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 jetzt in der online welt schmeißen die das alles so hinter sich und sagen oh ich nehme mal mein handy und mache mal ein wackeliges video und sage dann hinterher meinen klienten du kannst mich buchen ich koste 500 euro die stunde und ich denke was also das ist einfach das wurde mir auch relativ schnell klar in der zeit wo ich jetzt so unterwegs bin also die entscheidung ich habe dann letztendlich die entscheidung getroffen dass tatsächlich durchzuziehen und online mir ein festes standbein aufzubauen und in dem augenblick war mir dann aber auch klar ich bin ja profi also ich bin ja fachlich profi ich bin fachlich gut ausgebildet ich weiß was ich tue ich weiß was ich leiste und meine professionalität dann gleichzeitig in frage zu stellen durch schlechte technik durch durch schlechte technik punkt da fällt mir gerade das stichwort ein respekt vor meinem klienten also der respekt danke danke dass das da vorne steht dass der ein scharfes bild hat dass der einen ordentlichen ja und zum beispiel jetzt um in meinem küchen hintergrund hier würde ich jetzt zum beispiel kein coaching machen da muss ich noch mal dran arbeiten ja auch vielleicht an der position der kamera dass du nicht nach unten gucken aber das sind dann hinterher so die feinheiten ich bin ja erst was das angeht bin ich ja echt greenhorn ist ja auch genau das ist es wenn ich meine diese professionalität die die stelle ich mit meiner was ich stelle mir ja auch kein 30 jahre altes flip chart hin in meinen praxisraum ja so und auch mit meinem wenn ich raus gehe in unternehmen wenn ich in ein seminar geht da gehe ich nicht mit zerschlissenen jeans rein es seien es gehört zu meinem image oder es ist bei dem kunden einfach so dass das so so aber letztendlich muss ich ja auch nach draußen das ist doch meine visitenkarte das ist doch nichts anderes als meine visitenkarte meine erscheinungsbild und ich glaube das unterschätzen viele von uns noch ja und du hast gerade was gesagt das hat mich wirklich berührt du hast gesagt das ist auch ein zeichen von respekt du glaubst gar nicht wie oft am tag ich das sage konnie kann es wahrscheinlich nicht mehr hören der tropft schon blut aus dem ohr also sie verhandelt mich extrem respektvoll das wollte ich damit nicht sagen aber dass ich wenn ich mir dann videos angucke wo ich denke leute da nehmen sich leute zeit dafür sich euer video anzuschauen eure botschaft und ihr achtet auf die dinge nicht das ist respektlos das ist unachtsam aber ihr erwartet dass der kunde oder der zuschauer euch respekt entgegen bringt und euch like da lässt einen guten kommentar da lässt ja oder oder empfiehlt wo ich immer denke es ist doch eine verrückte welt also liebe coaches trainer berater experten alle die jetzt in die online welt kommen oder gekommen sind macht bitte eure hausaufgaben macht eure hausaufgaben es ist total normal dass man am anfang mit dem handy film dass man am anfang hier mit so einem kopfhörer den habe ich jetzt nur zum zum hören aber das ist so ein so ein kopfhörer fürs handy dass ich dieses mikrofon benutze aber wenn ich feststelle ich werde in der online welt bleiben und das werden wir alle also das kann ich euch versprechen dass wenn wir alle mit welchem anteil wird sich zeigen und wir werden alle in der online welt bleiben dann macht bitte eure hausaufgaben und fangt an professionell zu werden ja das ist das geht einfach nicht mehr also die zeiten sind vorbei wo wir hier wildwuchs wilden westen machten konnten darin wird sich die spreu vom weizen trennen das glaube ich definitiv auch und wer das ernst nimmt ist wie viel wie viel zeit und wie viel lieben geben wir für unsere homepage für unsere visitenkarte ja für unsere flyer und mit genau in diesem selben ja mit dieser selben positiven energie und detail liebe sollten wir auch live auftritt plan so also das ist für mich glas klar weil das was ich repräsentieren will was ich darstellen was ich transportieren will kann doch auch nur ankommen wenn es in der entsprechenden qualität auch rübergebracht gerade so ja ja aber das ist ja vielleicht noch so ein bisschen wahrnehmung dass man noch so in so einer anderen welt ist ich weiß es nicht es gibt aber auch viel zu viele scheinbare experten da draußen die dann sagen ist nicht so wichtig ist nicht so wichtig hauptsache du machst das und das wo ich immer denke nee es ist unsere visitenkarte also man muss sich das ja vorstellen die online welt ist ja quasi ich habe das letztendlich schon mal in einem live talk gebracht wir sind ja alle kopfüber ins wasser gesprungen so wir haben alle die gleiche badekappe auf wir haben alle eine rote badekappe auf und wir lassen alle unsere kunden wir hoffen dass die eintritt bezahlt haben und um das schwimmbecken herumlaufen und jetzt erwarten wir dass die kunden uns herauspicken aus dieser riesen masse an rote badekappenträger ja das funktioniert aber nicht ja wenn ich einer mal sagt ich habe aber eine blaue auf oder ich mache jetzt hier mal den sterbenden schwan oder die esther williams oder was weiß ich nicht und das ist es einfach und wenn einer sagt ich kann nicht mit video dann macht es auch nicht weil es ist also ich weiß vielleicht bin ich da ein bisschen haarsch heute auch aber ich habe in der letzten woche wieder so viele schlechte videos gesehen wo ich denke leute ihr schadet euch mehr damit als dass ihr damit eine visitenkarte abgibt klar wir wir schaffen damit reichweite wir erreichen mehr menschen aber was habe ich denn davon letztens ein video gesehen habe ich mir ich dann gott gebackt da die man auch wieder so die kamera hier unten gehalten und hat nicht gesehen dass die nase nicht geputzt war mehr will ich gar nicht erzählen und das lässt er stehen ja und da denke ich so leute also das kann doch nicht sein und und dann erzählt ihr was von hochpreis coaching ja ja das ist da dürfen wir noch viel lernen und es muss ja auch nicht viel geld kosten es ist ja also und das schritt für schritt lernen also genau in dem prozess bin ich ja gerade ja ich bin jetzt ganz stolz besitzerin einer logitech camp ja so es ist so stück für stück baue ich es einfach auf und ich lerne stück für stück und ich wachse sozusagen damit absolut richtig und es nehme ich mir auch aber die zeit muss es auch haben die brauchst du auch du musst ja auch reinwachsen muss ja auch feststellen irgendwann der unterschied und nun du sagst gerade es muss nicht toll sein nein die einfachste variante am anfang ist mit dem handy und mit seinem headset aber das handy eben nicht in der hand halten sondern irgendwo fest hinstellen beispiel als stativ oder bücherregal da bräuchte gar nichts für ausgeben so ja so wenn ich dann sage mich stören vielleicht diese kopfhörer dann hole ich mir ein solches kleines richtmikrofon das kann ich an jedes handy anschließen gibt es von rode kostet 47 euro dann habe ich noch so ein puschel dabei damit keine windstörung reinkommt und ich kann damit draußen filmen und ich habe meine kamera die heutigen handys die machen so gute aufnahmen ja ja aber so so das ist das eine dann natürlich wenn ich zu hause am rechner bin eine webcam und eben nicht mit der kamera wobei ich habe jetzt schon gehört die kameras in dem neuen mac also ich bin ja mac user ich habe die neuen kameras noch nicht in action gesehen die müssen wohl spektakulär sein aber du hast einfach immer wenn du die kamera da oben drauf hast hast du immer eine komische perspektive weil du immer die wahl hast gucke ich in die kamera oder gucke ich auf dem bildschirm so und das heißt dann gehen die augen immer so rauf und rote da muss ich mir erst noch gewöhnen ganz genau so aber das ist ein lernprozess es ist ein lernprozess und der darf auch sein aber ich möchte einfach von leuten die jetzt schon ein zwei jahre online sind auch einfach eine entwicklung sehen ja und vor allen dingen die die auch ihre putt also wenn ich meine produkte verkaufe meine videos zum beispiel als online seminar oder whatever oder wenn ich live seminare gebe die ich mir bezahlen lasse dann dann kann ich in ein zwei vielleicht mal ausprobieren aber so lange sobald ich damit wirklich als ein evergreen rausgehe oder das als standard setze dann muss das sitzen also für mich ganz persönlich also diesen anspruch habe ich einfach an mich weil ich bin profi und das darf ich auch an meine technik an meine repräsentation wie ich da draußen wahrgenommen gehört das definitiv dazu so sonst ist es jetzt bin ich böse sonst nicht ganz böse sonst ist es sonst bin ich keinen cent wert den man mir bezahlt und so ist es da bin ich einfach auch wieder beim thema respekt meinem gegenüber der da war eine bestimmte qualität nicht nur von den inhalten erwarten ja 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 absolut und und das ist einfach also wenn ich wenn ich in ein restaurant gehe ich arbeite gerne mit metaphern ja und von außen sieht es schon schlimm aus ja und und der kellner rennt mit einer offenen hose rum und der beugt sich über mich weil mir die getränkekarte geben will also in zeiten von monat so und ich rieche das duschgelwasser vor drei wochen verwendet hat also mehr brauche ich glaube ich nicht ins detail gehen so warum sollte ich denn dann glauben dass der koch der in dieser küche steht ein sterne koch ist und warum sollte ich dann so viel geld dafür bezahlen das ist es einfach es ist neben der neben der homepage ist das einfach die visitenkarte und wenn du wirklich reichweite erreichen willst also da kommen wir wieder zu der echokammer schließen wir mal eben den kreis nach vorne wieder ich erhöhe natürlich meine reichweite durch videos durch die reichweite kriege ich mehr aufmerksamkeit die menschen fangen an mit mir zu interagieren ich kriege mehr relevanz und schwupp bin ich in der echokammer und facebook merkt sich das oder auch youtube merkt sich das und ich werde leuten oder menschen mit ihm einem ähnlichen profil ausgespielt und dann finden mich menschen dann habe ich plötzlich nicht mehr die rote badekappe auf dann habe ich eine blaue badekappe auf oder ich darf den pool wechseln ich bin dann plötzlich in dem taucher becken ja muss nicht mehr im licht schwimmer becken sein so und und ich glaube wenn wir alle da so ein stück weit auch an uns arbeiten und das auch durch unsere arbeit auch so ein bisschen vorbild funktion einnehmen also role models sind wie das neudeutsch heißt dann können wir wirklich was verändern dann sind wir silberrücken nämlich die die hier in der facebook welt ja bestimmen wo es lang geht genau das besetzen qualitätsstandards ja sowieso eins meiner lieblingsthemen qualität in der arbeit qualität im coaching aber das ist ein anderes ich glaube jetzt würden wir ausufern wenn wir auch noch das aber da bin ich auch vielleicht noch mal ein extra talk machen liebe tanja also es war mir ein fest und ich hoffe ich hoffe wir haben ein paar leute da draußen erreicht und sie überlegen mal bei sich wie sie vielleicht noch mal was optimieren können wenn du impulse haben willst lieber zuschauer zum thema hochsensibilität oder scanner persönlichkeit oder wirst du es genannt feinfühligkeit darfst du gerne mit mir als begabte sprechen aber der profi sitzt hier neben mir so da sitzt neben mir tanja wir verlinken dein profil hier nachher auch nochmal also kann ich nur sagen gefangt wenn ihr etwas bei euch spürt setzt euch da mit den profis auseinander weil das ist wirklich eine erleichterung wenn man weiß was bei einem anders ist als bei jemand anders so ein geschenk das ist so eine ressource das ist so eine bereicherung im leben und ich weiß wovon ich rede ich kenne beide seiten ja du bist zu meinem 35 lebensjahr habe ich es unterdrückt weil meine mutter immer gesagt hat du musst härter werden aber sie wusste es nicht besser sie wollte mich schützen das ist einfach ich mache da auch keinen vorwurf draus aber genau das ist es jetzt kommen wir schon wieder neues fass auf wir machen neues fass auf meine liebe ich danke dir ich danke die ich freue mich schon sehr auf unser interview und falls ihr lust habt also das interview läuft dann noch mal ein bisschen anders ab zu hören wie tanja ihr online business aufbaut zu hören wie 29 andere online prenöre die kombination aus online und offline schaffen dann organisiert euch oder bucht noch heute euer kostenloses ticket für unser event was im januar stattfindet den link wenn wir hier nachher noch mal posten und ich gebe jetzt dann mal in das auto liebe tanja du darfst noch mal kurz winken und uns morgen zu einem weiteren türchen einem weiteren türchen im adventskalender und falls du sagst mensch das ist mir hierzu uns übersichtlich auf facebook wir haben eine playliste auf unserem youtube-kanal angelegt vlogmas 2020 da findest du alle videos wie sie hier auch erscheinen denn jeden tag öffnen wir ein neues türchen mit einem neuen impuls und jetzt sage ich bis morgen